Hallo, lieber Totenversteher. In dieser Duschlandschaft ist meine Tante am Schlagau verstorben. Mein Beierleut, wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie ja sagen, dass man Sie urlieb haben? Freilich. Ja, und dass sie uns das Passwort für die Bitcoins nicht gegeben hat. Gerne, liebes Opfer der Umstände. Tante, da drüben im Zwedenborg-Raum. Ich habe meinen Ölscher unten im Auto liegen lassen. Zeichel. Ach, Blüten. Ja, ich habe Kontakt. Sie hat sie auch urlieb. Aber leider hat die Tante die Bitcoins in den Himmel mitgenommen. Sie hat sich die ganze Blockchain gemerkt. Das war eine richtige Disruption im Jenseits. Was? Das lasse ich mir nicht gefallen von einer Stille-Tante. Her mit den Bitcoins, sonst schüttet ich die ins Klo. Das magst du nicht. Halt den Pappen, bist du eh schon tot. Geh' aber was hacken! In Abfahrt, du Grün-Wählerin! Ich habe S-Bü gemögt, zum Strache verhindern! Na, das hat super funktioniert! Na, warte noch! Komm herauf, du Saal! Familien-Sachen sind halt schwierig. Bon Apparismus! Untertitelung des ZDF, 2020